Klein oder groß, egal in welcher Branche, Unternehmen überall auf der Welt sind nur erfolgreich, wenn sie ihre Märkte gut kennen und wissen, wie sich das Verhalten der Konsumenten verändert. Sie müssen ihre Branche genau verstehen, was heute wichtig ist und die Trends von morgen. Sie müssen ihren Marktanteil kennen und wissen, was die Konkurrenz macht. Ändert sich das Konsumklima und warum? Wenn dieses Verständnis zusammenkommt, können Unternehmen neue Chancen für ihr Geschäft erkennen und sie können zielgenau Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die für die Kunden relevant sind. Das bietet GfK. Relevantes Wissen über Märkte, das Unternehmen neue Wachstumschancen bietet. Wir kombinieren Verbraucher-, Handels- und Mediadaten und verknüpfen sie mit innovativer Technologie und wissenschaftlichen Verfahren. Das ist die Grundlage für richtige Entscheidungen. Überall gibt es Auswahl und Alternativen. Wir helfen Ihnen herauszufinden, welche Entscheidung Ihre Kunden wahrscheinlich treffen werden. Denn was Sie tun, steht bei uns im Mittelpunkt. Mit den Informationen, die wir liefern, können Sie die richtigen Entscheidungen fällen und so erfolgreiche Strategien entwickeln für nachhaltigen Erfolg Ihres Geschäfts.